In diesem Video möchte ich dir die Neuigkeiten in meinem Online-Shop zeigen, denn ich habe es für dich nochmal etwas übersichtlicher gestaltet, indem ich jetzt die Bilder optimiert habe und auch nochmal hier oben die Menüpunkte, sodass du jetzt alles leichter finden kannst. Am Ende des Videos habe ich auch noch einen Gutscheincode für dich, den du dann verwenden kannst, wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir am Ende des Videos. Und ja, jetzt erstmal die neuen Menüpunkte. Die Schablonen findest du hier und die sind jetzt sortiert nach kleinen Legelsysteme und die Häuserschablonen 8x4 und 9x4 getrennt, dass du eben dann nur noch dahin klicken brauchst, was dich interessiert oder auch die Spezialthemen, die große Legung dann halt zu besonderen Themen auch als Schablone. Ja, soweit die Schablonen. Dann ist jetzt hier die Kategorie Bücher. Das heißt, du findest hier einmal das Lennermont Basiswissen für Anfänger. Und ich da mal draufklicke, dann erkennst du das jetzt neu daran, dass die alle so einen blauen Rahmen haben und so ein kleines Häuschen hier unten in der Ecke. Das ist immer der Hinweis, dass das ein Basisbuch ist, also Basiswissen. Weil für mich steht das Haus ja immer für die Basis, das feste Fundament. Und du hast weiterhin noch den Hinweis, dass hier immer steht, ach, jetzt natürlich, wenn die schnell an sich kommt, ist es weg. Aber du siehst es ja hier daneben. Buch für Einsteiger steht da in lila. Hier jetzt Buch für Anfänger. Für Einsteiger ist eben wirklich für jemanden, der gerade einsteigt ins Thema. Anfänger ist dann eben auch noch natürlich am Anfang, zu Beginn des Kartenlegen Lernens. Und dann gibt es auch die Bücher für Fortgeschrittene. Das schaut dann entsprechend so aus. Da gehe ich jetzt hier mal auf die besonderen Legesysteme. Hier sind dann nämlich eher die Bücher, die für Fortgeschrittene sind oder auch für Fortgeschrittene und Anfänger geeignet. Also je nachdem. Das sind halt hier die besonderen Legesysteme. Du siehst, bei den meisten steht für Fortgeschrittene. Das ist das Lennemann-Expertenwissen. Und da ist immer hier diese kleine Straße als Weg, dass hier weitere Möglichkeiten sind, mit den Lennemann-Karten zu arbeiten. Und hier steht zum Beispiel mal hier unten bei diesen Zweien, dass das Buch eben auch für Anfänger und Fortgeschrittene ist. Das heißt, du kannst das immer daran erkennen, für was geeignet ist, wie hier mein lilafarbener Text unten in der Ecke steht. Und auch dann entsprechend, wie der Rahmen ist. Also dieses dunkle Lila zeigt auch, dass das die besonderen Legungen sind und nicht mehr das Basiswissen. Die Spiralbücher zum Beispiel habe ich gekennzeichnet mit einem gelben Rahmen, wenn es die Übersichten sind. Also auch wieder, da steht dann ja Spiralbuchübersichten als Deutungshilfe. Und wo es Schablonen sind, weil Spiralbücher gibt es ja auch mit Schablonen, habe ich dieses zarte Grün als Rahmen gewählt. Und auch die Symbole in der Ecke sind immer anders. Also bei Spiralbüchern mit Übersichten ist es das Sternchen. Und bei Schablonen habe ich hier das Fähnchen ausgewählt. Also auch da siehst du gleich den Unterschied. Und dann gibt es ja noch die Notizbücher, wo man eben auch zusätzlich noch was selber reinschreiben kann. Die haben dann so einen Türkisenrahmen bekommen. Aber du siehst zum Beispiel hier das Buch für Anfänger. Das ist das Arbeitsbuch. Und die Kategorie heißt ja hier Notizbücher und Arbeitsbücher. Deswegen kann es sein, dass hier auch mal was von der Basis oder den Fortgeschrittenen dabei ist. Aber das sieht man dann eben schön jetzt an den farbigen Rahmen, dass du eben sofort erkennen kannst, ob das für Anfänger ist oder für Fortgeschrittene. Und eben auch, ob es jetzt ein gebundenes Buch ist oder Spiralgebunden. Das waren, wie gesagt, die gelben Rahmen. Ja, dann sind hier natürlich noch die Tarotbücher hingekommen und sonstigen Bücher. Bei den Karten gibt es jetzt auch unterteilt in Lennermore-Karten mit Text. Gehe ich auch mal kurz drauf. Da siehst du jetzt dieses dunkle Türkis als Rahmen. Das sind jetzt die Lennermore-Karten mit der Texthilfe. Genauso gibt es das dann hier eben auch ohne die Texthilfe. Die Tarot-Karten mit Text und ohne Text getrennt. Und auch noch hier andere Karten, was jetzt nicht Tarot oder Lennermore ist. Dann haben wir hier noch die Kategorie mit CDs und DVDs. Da findest du dann eben auch entsprechend, so wie es hier steht, zum Beispiel sind hier auch jetzt die Meditationen gelandet. Also Meditation, Fantasie, Reisen, da findest du jetzt hier etwas. Hat natürlich dann auch irgendwo mit Kartenlegen mal was zu tun oder eben zumindest mit spirituellen Themen. Du siehst hier zum Beispiel die Meditation, die Reise zum spirituellen Lehrer. Auch eine sehr schöne Fantasiereise. Hier die Meditation zur Verbindung mit der geistigen Welt, um einfach die Unterstützung nochmal beim Kartenlegen zu haben. Oder hier, das ist sogar ein neuner Set mit Meditation von verschiedenen Autoren. Das nennt sich hier der Wind unter deinen Flügeln. Das sind halt, ja, auch nochmal, da siehst du dann, wenn du draufklickst, die Inhalte, auch nochmal neun wundervolle Meditationen. Ja, dann ist hier die Kursrubrik, wo es dann einfach die Basisausbildung gibt. Also auch da habe ich was verändert mit den Farbrahmen. Die haben jetzt alle, alle Kurse haben so einen pinken Rahmen. Und damit du aber auch da die Unterscheidung hast, ob das ein Kurs ist, der sozusagen das Basiswissen hat oder das fortgeschrittenen Wissen, ist wieder für die Basis das Häuschen. Ja, also das Haus stellt immer wirklich das Basiswissen dar, dass du hier erstmal praktisch das Wissen hast für den Einstieg in die ganze Thematik mit dem Kartenlegen lernen. Und wenn du dann eben nur noch an speziellen Themen interessiert bist oder Aufbaustufen haben möchtest, dann sind das meine Themenkurse. Da gibt es im Moment 16, wobei zwei weitere sind gerade in Planung. Und da siehst du dann wieder hier die Straße als Symbol eben für die weiteren Wege und Möglichkeiten mit den Lennermorkern. Und wie gesagt, die Kurse haben alle diesen pinken Rahmen. Dann gibt es hier noch die Aufstellungsarbeit. Das sind natürlich auch Spezialkurse. Auch die siehst du, haben diesen, diesen entsprechend pinken Rahmen. Hier ist dann bei der Aufstellungsarbeit auch noch der Hinweis auf das Buch. Und es gibt auch eine DVD. Deswegen werden die hier in der Kategorie mit angezeigt. Eben alles, was irgendwo zur Aufstellungsarbeit gehört. Dann sind hier noch ein paar Webinaraufzeichnungen. Dann der Tarotkurs und sonstige Kurse. Und wenn du an so einem Set interessiert bist, also wo mehrere Produkte zusammen sind, die kommen alle in diese Kategorie. Ein paar sind schon drin. Ich werde mit Sicherheit auch noch ein paar weitere ergänzen. Das heißt, dass es hier dann auch zukünftig noch weitere Sets geben wird, wo du was sparen kannst. Muss ich mal schauen, welche Sets ich da zusammenstelle. Na, hier gibt es ja zum Beispiel Teil 1 bis 3 von den Schnellübersichten. Ich denke, ich werde dann Teil 4, 5 und 6 auch mal zusammenfassen. Und Teil 6 gibt es noch nicht. Deswegen warte ich noch. Aber das wird im Laufe des Jahres 2023 noch erscheinen. Und dann gibt es auch das Set mit Teil 4, 5 und 6 mal zum Sparpreis. Und wenn ich Aktionen oder Angebote habe, dann findest du die natürlich immer hier. Also das wechselt auch von Monat zu Monat. Kann das auch mal was anderes sein. Hier die beiden sind eigentlich fast immer zu dem Preis drin, weil das Produkte sind, die bei mir nicht mehr nachproduziert werden. Also wenn die weg sind, sind sie weg. Und hier zum Beispiel der Tarotkurs ist aktuell gerade ein Angebot, aber nur noch bis zum 28. Februar 2023. Danach steigt er wieder um 20 Euro und geht auf den normalen Preis zurück. Das ist jetzt einfach der Einführungspreis, weil dieser Kurs jetzt gerade ganz neu in meiner Mitgliederseite eingerichtet ist. So und jetzt komme ich zu dem Gutscheincode, den ich ja erwähnt hatte. Und zwar der ist gekoppelt an ein Buch. Und zwar das ganz neue Buch, die Zahlenmagie und der Liebeszauber mit den Lennarmark-Karten von der Andrea Rosenthal. Das Buch kostet 29,90 Euro, ist momentan nur bei mir erhältlich. Im Handel wird es noch so ein oder zwei Wochen mit Sicherheit dauern. Und ich habe jetzt als Aktion, dass du das Buch portofrei bekommen kannst. Du siehst, momentan steht hier noch die Versandkostenpauschale mit 6 Euro drin. Aber hier ist der Gutscheincode, den du eintippen kannst. Und der ist dann Buch-Portofrei. Dann sagst du hier Gutschein anwenden. Und dann zieht der dir hier die Versandkosten wieder ab. Das heißt, dann hast du wieder nur den reinen Preis des Buches, die 29,90 Euro. Und ich übernehme die Portokosten für dich. Wenn du jetzt nur das Buch bestellst, dann werde ich dir das wahrscheinlich als Maxi-Brief schicken, weil ich die ersten 50 Exemplare hier noch bei mir habe und die selber verpacke und verschicke. Wenn du noch was anderes dazulegen willst, weil du vielleicht noch ein Kartendeck brauchst oder eine CD oder irgendwas anderes noch dazu möchtest, dann gilt der Gutschein trotzdem. Dann wird nur das Buch und das andere Produkt meine Versandauslieferung für dich verpacken und verschicken. Das wird im Laufe der nächsten Woche schon möglich sein. Da ist also die Wartezeit jetzt auch nicht mehr allzu lang. Das heißt, du kannst auch jetzt mehreres einkaufen und kriegst dann alles zusammen von meiner Verlagsauslieferung zugeschickt. Das kostet dann natürlich wieder die 6 Euro Porto, aber mit diesem Gutschein sparst du das. Das heißt, die Kosten übernehme ich dann für dich. Das heißt, in dem Fall bekommst du es auch Porto frei. Solltest du jetzt nur was anderes kaufen, dann hast du natürlich das Porto hier drin, weil der Gutschein ist gekoppelt jetzt als Aktion an das neue Buch. Es sei denn, du kaufst dir etwas ein, was über 60 Euro kostet. Das kann ich ja auch nochmal kurz zeigen. Ich entferne jetzt erstmal hier den Gutschein. So. Und jetzt mache ich mal hier irgendwas anderes. Ich gehe mal hier auf die Schablonen. Und jetzt sage ich einfach mal hier in Warenkorb, in Warenkorb. Nur um dir das zu zeigen. Jetzt ist der Warenwert definitiv über 60 Euro. Und da kann man dann hier auswählen, ob man freiwillig das Porto zahlen möchte oder ob man die kostenlose Lieferung will. Und das ist auch unabhängig jetzt von dem Buch hier von Andrea. Also das kann ich auch wieder rausklicken. Und dann siehst du trotzdem, dass das hier noch möglich ist. Diese Funktion taucht aber nur auf, wenn du über 60 Euro hier als Warenkorbwert hast. Und der Hinweis darauf, der ploppt hier oben auch immer mal gerne als Info auf. Da steht dann auch ab 60 Euro Porto frei. Stell dazu bitte selbst im Warenkorb den Versand auf kostenfrei um. Also diesen Klick, den musst du hier tatsächlich selber machen. So und jetzt will meine Stimme gerade nicht mehr so wie ich. Das heißt noch ganz schnell der abschließende Hinweis. Dieser Gutscheincode mit Buch-Porto frei. Der ist auch gebunden an ein zeitliches Limit und zwar bis 28. Februar. Also bis 28. Februar 2023 gekoppelt mit dem Buch von Andrea. Hier siehst du es nochmal, die Zahlenmagie und der Liebeszauber. Damit kannst du das Porto sparen, egal ob du nur das Buch kaufst oder auch noch was anderes. Und wenn du generell sowieso andere Sachen hier kaufen möchtest, kannst du immer, da gibt es kein zeitliches Limit, auf kostenlos umstellen, sobald hier der Warenwert über 60 Euro ist. Ja, das war es dann auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, die neue Struktur hier in meinem Shop gefällt dir, dass du jetzt alles leichter findest mit den neuen Kategorien und auch mit den farblichen Kennzeichen und meinen Symbolen in den Ecken. Das wollte ich wenigstens einmal erklärt haben, damit klar ist, ja, was ich mir dabei gedacht habe und dass du das hier hoffentlich alles leichter findest. Gerne kannst du mein Video kommentieren, ob dir meine Optimierungen gefallen und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn dich meinen Gutscheincode jetzt auch dazu anreg, jetzt in meinem Shop einzukaufen. Und ja, alles Liebe und Gute, Angelina Schulze.